ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh nein. Ich glaube, das war ein bisschen weiß. Nein, nein! Fuck! Boah! Der sitzt aber. Aber du fu... Really nigga. Genau in meiner Schussbahn. Finde ich gut. Das? Oh nein. Der ist gut! Als ob ich daneben getroffen hab jetzt. Loan! Der war verdammt gut, ey. Scheiße. Muss ich wieder ein bisschen so? Wollen wir mal gucken, ob ich wieder die halt triff. Jetzt hoffen. Oh fuck. Oh fuck. Der kommt gut. Der kommt gut. Ja! Oh! Der sitzt! Alter! Leck mich da kreuz! Weiß nicht! Ich bin doch nicht sterben! Holy shit! Denkst du, bringt das was? Ja. Nö. Oh oh. Nicht gut! Nein! Ich hab den Berg aufgetragen. Ich hab den Berg aufgetragen. Fuck! Nein! Nein! Jetzt nimmt die Range nicht mehr. Ne. Können wir auch nicht. Probier mal das. Irgendwann werde ich schon treffen. Boing! Oh! Der sitzt sogar! Oh ja! Alter ihr seid... Puh! Der sitzt ja! Oh ja! Sehr gut, Stefan, ne? Bist du sollte, Johannes? Kein Kommentar. Ähm. 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 Der ist auch nicht. Ich bin schon tot. Keine Sorge. Ähm. Gut. Wie treff ich den jetzt? Gut. Jetzt ähm. Probieren wir's mal so. Ähm. Ähm. Sehr gut. Upsala. Jawohl! Ähm. 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 Falsch rum! Richtig rum. Echt mal. Dann komm. So. Ey. Wie viel Rüstung der hat! Oh. Äh. Nein! Ich hab den Chat geöffnet! Meine Münze! Gut. So. Nehme ich jetzt! Habe ich ihn eigentlich jetzt alles bekommen? Uh! Jawohl! Oh! Oh! Nein! Nein! Oh! Oh! Willi Nigga! Ähm. Ja probieren wir's mal. Oh! 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 Ah! Oh! 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 Was soll der Scheiß jetzt? Das ist nur fair Echt mal Let's try it Äh LOL Wenn ich das gewusst hätte, dass ich so treff hätte ich einen anderen, eine andere Waffe genommen Diese Kack-Kante Nee Fuck Okay, jetzt sitze ich fest Oh, die Rüstung ist weg Ey, ich hab genau 88 Leben So, ich hab ja noch was bekommen Hast du schon wieder Rüstung bekommen? Ja Okay Dieses Mal, dieses Mal sitzen die Ads aber Jawohl, nein, stick doch Nö Die haben, die haben alles zerlegt, aber nicht mich Der Mond macht was er will Der ist wie der Esel in Worms Was macht der? Jo Der war gefallen Der hat meine Range raus Das ist gehindert Naja, du bist grad aber netterweise auch genau in meine Range reingefahren Ne Ähm Der ist voll scheiße Oh fuck Der war blöd Was dachtest du? Das ist ein Flummi Der erste Eimer-Hüpfer Check mich doch Die Münze ist abgehauen Meine Münze? Ja Die ist allerdings abgehauen Irgendwas Äh Das ist... Ja, ja Ja, ist blöd Die Münze ist ohne eh weg Ähm Ähm Na da, foy foy Ihr habt jetzt nicht beide die gleiche Idee gehabt Ja, die Runde bin ich eh weg Tch, Optimismus Du schießt das Ding aber auch immer auf den Mond, ne? Aber volle Suppe Ja, gut Von jetzt auch schön auf der... Er ist schon like ein Schändung Echt mal Hat jeder bei mir auch gemacht Nö, das hat Stefan bei dir gemacht Gut Strahlen, die meint ja kaum Strahlen Ich raff nicht auf, dass man immer noch so viel HP haben kann, das ist der Wahnsinn Ja, weil er Rüstung am Anfang hatte Er hatte 60 von 8 Was ist das denn? Jo What the fuck? Das hat noch nicht mal ich Ich hab gelevelt Naja gut, vielleicht kriegst du die Waffen ja random Neee Komm, komm zurück Ja Ernst? Was hab ich denn überhaupt noch? Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt Ach, der Schwebeball Oh Fick dich Wäre ein tolles Schuss gewesen, wenn der das nur gebeten hätte Ja! Direkt... Ach, das war der Erdbeben Der Erdbeben? Ja Ja Soll es sonst sein Ach, du bist raus Wie wäre es mit DAS Erdbeben? Nein Nein Ey Ey Ja 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 Ich bin schon eh weg, Alter. Crap. Jo, hab dich erwischt. Ey, Andi ist da, Johannes. Naja, hab ich immer schon. Ich hatte mir das Ding geschrieben. Juhu, Level-Aufstieg. Also, dann bedanke ich mich rechtzeitig für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.